Eine dramatische Folge Soko Leipzig steht euch am Freitagabend bevor. Nachdem vor einer Woche eine Wiederholung lief, wird es diesmal spannend, obwohl die gesamte Folge beinahe nur an einem einzigen Ort spielt. Genervt von der Neugier ihres Kollegen Jan Maybach, gespielt von Marco Girnd, 54, verschwindet Kim Nowak, Amy Musul, 33, in der Mittagspause zu ihrem Lieblings-Asia-Imbiss. Währenddessen Inhaber San Minicun, Nik Dongsik, 49, ein leckeres Gericht für die Kommissarin zubereitet, wartet Duschan Petkovic, Tino Mewes, 41, vor dem Laden auf den richtigen Moment. Als der Besitzer in einem Hinterzimmer verschwindet, geht Petkovic zielstrebig ins Geschäft und streckt Kim mit einem Faustschlag nieder. Als sie aufwacht, liegt sie benommen und gefesselt am Boden. Ihr Kollege Moritz Brenner, Johannes Hendrik Langer, 38, kommt zufällig am Lokal vorbei, wundert sich über die verschlossene Tür, und sieht, in welcher Situation sich Kim befindet. Innerhalb von vier Stunden verlangt der Geiselnehmer zwei Millionen Euro in bar und ein bestimmtes Mercedes-Modell für die Flucht. Andernfalls werde er eine der Geiseln opfern. Ermittlungen ergeben, dass Petkovic's Frau bei einer vorangegangenen Geiselnahme in einem Supermarkt getötet wurde. Jetzt findet ein Rollentausch statt, mit tödlichem Ende. Ja. Obwohl sich die gesamte Szenerie beinahe ausschließlich auf den Asia-Markt beschränkt, sorgen besondere Schnittbilder für die nötige Dramatik. Es wird oft mit Splitscreen gearbeitet, sodass für einige Sekunden bis zu drei zeitgleich stattfindende Szenen zu sehen sind. Das führt zu einer höheren Dynamik und einer verstärkten Dramaturgie. Eine wichtige Rolle spielt auch wieder der nördige Daniel Steiner, 51, als Laborant Lorenz Rettich. Auch durch seine Lippenlesebegabung hilft er der Soko-Umleiterin Ina Zimmermann, Melanie Marschke, 54. Den traurigen Höhepunkt des Einsatzes bildet ein tödlicher Schuss. Nur welcher der drei Imbissinsassen muss sterben?